und herzlich willkommen wieder bei born the east 2 1941 szenario mit der achse und letztes mal war ja die planungsfolge für 1942 und an dieser stelle sehr vielen dank für all die kommentare es gab einiges zu lesen und ja so die auswertung war ein bisschen das dann doch der großteil auch für die süd operation ist und ja unter anderem dann auch meist für das öl moskau ja jetzt ist zwar wahrscheinlich auch wie es in einem kommentar stand mit der beste moment ist einzunehmen wenn man es möchte aber ja es ist halt schwierig das ist alles oder nichts ding und na gut die ansonsten die nord operationen wo zumindest auch aufgenommen dass man es durchaus machen könnte und es gab auch ein paar vorschläge für operations nahmen aber das kommt alles dran wenn man dann endgültig auch was durchführt jedenfalls ist dann auch mein entschluss erst mal die zweite panzer meh von tula südlich zu bringen so zwischen uri und kurs dass die vor und es angreift die dritte panzer truppe geht dann wahrscheinlich richtung charkiv versucht hier durchzubrechen dass man dann hier von woranisch dann südlichen kessel schließen kann und das mit den panzern dann die bei charkiv durchbrechen auch kleine kessel werden die man dann auch schneller abräumen wenn man natürlich insgesamt versuchen großen kessel zu schließen die erste panzer truppe könnte vielleicht von hier dann noch entgegen kommen sollte eigentlich auf jeden fall die bahn kappen aber auch zu sehen nach süden zu kommen und wenigstens maikop schnell zu erreichen ob man dann nach stalingrad oder zum öl geht auch so ein bisschen diskussion aber sonst bringen wir erstmal den woranesch kessel durch und bis maikop und dann kann man auch immer noch mal weiter sehen und dann würde eine panzer truppe im norden bleiben und versuchen die kalini sache anzugehen um aber auch im allgemeinen als reserve wenn man hier die ganzen panzer rauszieht und die sowjets angreifen kann das ja lustig werden ist aber alles noch ein moment hin wetterbedingt haben wir jetzt vor allem hier die kaltphase im süden und da ja wie es auch in den kommentaren vorgeschlagen wurde sollte die erste panzer truppe jetzt eigentlich am besten jetzt schon versuchen rostow zu erobern und wenn es dann regnet dass man dann die schienen repariert und der bahnhof einsatzbereit ist dass sobald das wetter auf hat man sofort von da weitermachen kann und die elfte armee soll natürlich sowas der pol erobern und dann haben wir hier ja für die restliche front so märz april wahrscheinlich noch mal ein kleines angriffsfenster und da würde ich sagen kann dann die vierte panzer truppe versuchen kalini anzugehen und wenn das so überhaupt nicht klappt hier durchzubrechen können die auch einfach ruhig bleiben und hier als reserve eingesetzt werden und falls die einheiten soweit in position ist könnte man dann ja zum beispiel auch versuchen schon nach voronisch durchzubrechen alles je nachdem wie sich das entwickelt muss halt schauen wie das dann auch mit dem blizzard aussieht und hier ja nächstes mal grob geschätzt so gerade nicht da sein wo vielleicht nach wo es so um wochenisch gehen könnte so grob geschätzung aber wie lange hält er sich dann ist das nur noch der letzte ausläufer oder setzt der sich da fest immerhin der nordbereich mit den ingrad da ist es nicht so arg schön mit dem blizzard weil das ist immer wieder faszinierend zu sehen die haben da gut gefüllte depots es ist faszinierend na gut geflogen wird dann auch mal wieder so ein bisschen bei kalinin sich mal umschauen bei voronisch bei rostow und die blockade von sevastopol und es geht ja auch ganz direkt nur um die felder direkt um den hafen das müsste ja eigentlich passen da sind zwei ganze kampf truppen darauf angesetzt mit noch so ein paar begleitjägern und die haben auch alle marine bewaffnung also ich gehe davon aus dass das schon funktionieren wird der rest der flieger bleibt erstmal ruhig wenn dann angegriffen wird oder wenn die dann auch nach rostow marschieren dann denke ich würden auch bombe eingesetzt werden also ich glaube diesen zug geht es hier noch nicht los man geht erstmal nur in position und kann dann auch aus der reserve die ersten replacement panzer bereit machen dass wir dann auch zur ersten panzertruppe reingehen aber die ganze offensive hier beruht ja im prinzip auf der prognose dass nächstes mal der schnee weg geht und es nur noch kalt wird und das ja aus dem schnee leichter schnee wird es kann ja sein dass der blizzard auch noch auf die idee kommt doch noch südlich zu ziehen und alles kaputt macht deswegen diese runde nur positionieren angriff erst im nächsten zug oder teil wenn der reiter so schwach ist prognostiziert da vielleicht keiner steht man den schlägt nur so ein paar gedanken je nachdem wie weit noch er kommt das feld ist doch drin oder genau es ist drin kann man ja auch nachgucken ob da einer steht ja ich würde sagen wir können die luftphase durchlaufen lassen das wird bei sevastopol gleich interessant alle einheiten so zu platzieren dass jetzt noch möglichst viel versorgung mitnehmen können für diesen zug aber dann auch nächstes mal so stehen dass sie ihren vorbereiteten angriff kriegen gerade die drei südlichsten divisionen haben noch ein bisschen probleme mit mannstärke und versorgung mal sehen wie man das noch hinkriegt so war jetzt gut also zumindest eine lose aufklärung da war ja auch nicht das beste war noch nicht so viele flugzeuge hat hier noch nicht so viel weiteres ergeben ehrlich gesagt auch hier nicht groß viel im hinterland zu stehen genauso wenig bei kalinin also für den moment scheint es so dass wenn man dadurch bricht dass da auch nicht zu viel rum stünde aber wer weiß ob es nicht doch anders ist nur dass sich in den nächsten zügen ändert also der plan ist auch hier im nächsten zug anzugreifen wir haben ja voraussichtlich vom gebrauchbaren wetter her den ganzen märz heißt wir greifen einmal am achten an und dann 15 wird regeneriert dann nochmal am 22 oder 29 je nachdem was so die wetterprognose sagt nochmal kurz für die theorie ja das feld ist isoliert wir haben hier genügend drumherum so jetzt ist halt die frage ihr könntet von eurem feld höchstens gerade das andere erreichen und dann noch vorbereitet angreifen ihr hier unten habt halt noch nicht so ganz die vollsten besten mannstärken der eine der finde muss nochmal eben vom zug aussteigen dann eh gucken ok du könntest die hohe aber da ist natürlich man auch direkt am gegner dran würde ja reichen wenn man nächstes mal in das feld rein liefe ein bisschen bewegungspunkt technisch die frage ok ein wenig mathematik dann gibt von diesem feld dahin drei bewegungspunkte aus du hast hier 13 du gibst da 9 aus ist alles ziemlich teuer da sind es 2 hin ok von da nach da bezahlst du 8 punkte und problem ist um da noch einen vorbereiteten angriff zu haben müsstest du am anfang 14 bewegungspunkte haben aber das ist inzwischen auch eher relativ selten das heißt de facto kommt ihr da nicht also außer aber die kommen halt auch nicht da rein also eine Rede kurzer Sinn ich glaube ihr müsst da so stehen bleiben um nächstes mal das feld zu füllen man kann natürlich darauf hoffen wirklich dass das Wetter aufklart und vielleicht aus dem Boden Schnee schon leichter Schnee wird aber wenn mir doch ein bisschen wenn hier noch Schneewerte von 7 sind dass da sehr viel gut gehen müsste also eher unwahrscheinlich dann bleibt hier halt da es wird hier bei der Logistik auch geändert dass dieser Hafen für den nächsten Zug der einzige ist der hier im schwarzen oder im asowschen Meer was empfangen kann alle anderen sind auf export gestellt damit hier wirklich massenhaft rein kommt außerdem der 11. Armee noch ein paar Geschütze vorbeigegeben und die Idee er so hatte noch unter seinen Korps ein bisschen verteilt also jeder hat Kanonen dabei und jeder einzelne Infanterietrupp hat seinen eigenen Pionier und teilweise noch ein, zwei Trupps die auch noch ein bisschen mitmachen sonst kommst du auch schon mal da rein dann kommst du auch da hin und du sorgst dafür dass die da drin auch Erschöpfung erleiden weil sie ja bei Nachbarn zum Gegner sind das müsst ihr eigentlich auch für die KI zählen während die anderen sich vom Gegner fernhalten und dadurch auch relativ geringen Erschöpfungswert haben das ist halt ein bisschen hoch und dann, ja was könnten wir noch tun auch die Supply Priorität auf vier stellen damit ihr euch auch alles holt was da ankommt und dann einfach hoffen das da schon wird so, du fällt sich da hin und ihr versucht das zu halten das Fährfeld das klappt schon Eisenbahn kommt nachher jetzt also hier oben ein bisschen sortieren da ist Rostov da sind ein paar mobile Einheiten ihr könntet natürlich ein, zwei vor der Rumänen wenn man euch mal so schon so bereit macht übernehmen und dann gucken ob er hier irgendwie durchkommt die könnten wir auch gebraucht na gut dann wenn wir die aber hier rausziehen dann müssen die da auf jeden Fall halten das nächste Problem im Voroshido Grad wenn die das einkesseln natürlich auch die Stadt räumen theoretisch keine Frage aber wenn man die Stadt schon hat dann will man sie ja auch gerne behalten also das Saku könnten wir da nicht rausbringen ach so ja wahrscheinlich weil es da ein Feld läuft mit dem Gegner oder sowas drin die Überlegung ist es uns die wertvolleren mobilen Einheiten hier dann doch rauszunehmen und stattdessen Infanteristen reinzustellen die werden ja auch die Stadt so ein bisschen freidigen können hier kommt er nicht rein okay ihr kommt da rein jetzt kann das Akku da auch raus wenn wir da ein bisschen umbauen dann könnte man die mobilen auch etwas nach Süden verlegen wenn man mehr für Rostov frei hätte also dann bringen wir den Fünfer da rein weil ja zumindest na gut der Panzer ist natürlich auch noch drin und auch ein Wert von 25 was theoretisch hier locker für alles ausreichen sollte wenn man sich die Werte der anderen anguckt dann wäre schon ganz schön hier noch den oder der kommt nicht rein 36 das passt schon die Panzer und so kommen weg ihr haltet euch hier in der Nähe und dafür kommen die mobilen Einheiten von hier noch nach unten und es ist die Frage ob man nicht doch gut auch von hier den zu schlagen und so ein bisschen hier Stress anzudeuten nicht sagen die Panzer ja nach Richtung Rostov am Ende ist der doch stärker als angezeigt ihr versucht das mal ok der war definitiv nicht stärker als angezeigt ich merke gerade was ich mal los erwähnt nichts hatte am Anfang irgendwann im Kessel das hätte vielleicht sogar mehr Aussichten gehabt als gedacht da jetzt nochmal reinzufahren wäre so eine Verschwendung von Treibstoff da auf der anderen Seite oh hat sich das aber ja auch kaum gedeckt wenn wir den noch raushauen aber wie er das andere Problem auftut soll der da ja weg den rausfahren und uns mit dem da hinstellen aber dann kommt hier keiner hin das hat auch überall das Problem wir haben kaum die Einheiten und wenn man das jetzt durchzieht um zwei Divisionen einzugesseln bräuchte man dafür schon so viel Einheiten und Treibstoff der ja auch erst langsam mit der Logistik reinkommt das ist schon schwierig wird Rohstoff genügend zusammenzubringen also es wäre vielleicht also da durchaus möglich aber eigentlich lieber dann Kräfte hierhin konzentrieren aber wir wissen natürlich noch nicht hundertprozentig ob es auftaut und wie sehr der nie abfällt es wäre also eigentlich schon durchaus praktisch in eine Zweierfuhr reinzugehen da könnten wir natürlich dann auch ein paar Rumäen hier und da noch verschieben noch ein bisschen mit aufpassen können ich gehe erstmal da rein und da oben hier kämpft da noch rein aber vielleicht du du hast ja noch mit die besten Werte von allen und würdest damit definitiv natürlich an der Offensive stark teilnehmen wenn wir die rein schicken die verbrennen ja dann noch nicht alle ihrer Punkte dann sammelt ihr euch da erstmal ja ihr könnt natürlich auch die Italiener aus ihrem Dreiervoraus holen und da mobile Einheiten reinstellen die dann wenn die einen hier brechen und die dadurch brechen man sich hier so ein bisschen trifft da leicht kesselt und dann gemeinsam auf Ostdorf zufährt und wenn ihr da ans italienische Vorfahrt werdet ihr ja auch noch etwas näher dran ansonsten auch noch dich und du könntest hier ja unten noch mit dran wir haben eh einige rumänische Einheiten die an wer die sind und damit nicht so ganz kampftauglich dann geh du damit hin und da dürften ja auch noch mehr Einheiten sein du kannst eigentlich auch mit runter und der Reiter mal raus hier aus ok wir könnten natürlich noch auch eins der kampfstarker Rumänen hier unten sammeln die vielleicht zum Beispiel bei Angriff auf diese Position mithelfen können und die nicht ganz so kampfstarken sammeln wir ein bisschen dahinter erstmal ja mal ganz gut aber ja dann meißen wir die Italiener aus ihrem 3er voraus aber ich meine schön dass ihr es gemacht habt gebaut habt es ist ja im ganzen Bereich die stärkste Befestigung na gut neben Stalino zugegeben aber die stärkste dann auch tatsächliche Frontbefestigung könnte man sagen also hier stehen ja lose rumänische Einheiten hier weicht sonst wir sollen die hier aufs Verbindungsfeld wo Schildo gerade stellen würde natürlich doch mal das Tisch die Wahrscheinlichkeit reduzieren dass die da oben gekesselt werden ja die Italiener kriegen einen Spezialauftrag in der Flankenverteidigung was soll da schief gehen und ich fand es auch schön dass in den Kommentaren das auch letztes Mal jemand aufgegriffen hat als ich da auch schon gemeint habe was soll denn da schon schief gehen die Flankenverteidigung zu stellen sagt sowas ja auch schon mit so ein bisschen historischem Wissen manchmal wenn man das so gut betont guck mal ob ihr das hinkriegt und da kann jetzt auch noch einer rein hätten wir zum Beispiel diese mobile Einheit noch hier und dann hätten wir hier sehr viel gesammelt die im nächsten Zug versuchen hier durchzubrechen ein bisschen zu kesseln und dann Rostov zu erreichen und wenn es dann Richtung Voronezh los geht könnte man auch von Rostov oder von hier wo auch immer man steht noch nach Norden ein paar Felder und das und das hier abschneiden für die Bahn wenn die anderen bei Voronezh das da abgeschnitten haben dass da nichts mehr durchläuft okay dann ein Blick mal auf die Werte sollte hier alles nicht das Thema sein die wieso die stärksten aber gut wenn die sich zusammentun und unsere Leute schlecht würfeln weiter können wir sonst hier noch etwas mehr das Hinterland decken falls da irgendeiner durchkommt die ist auch nicht so überragend 15 gut die haben jetzt auch nur eine 3 ich weiß nicht ob die da standhalten aber ansonsten läuft das hier hier noch die eine finnische Einheit sicher auch hier die mit an die Front stellen da oben drauf dann haben die da definitiv auch ausreichend Kampfkraft du kannst ja noch wieder irgendwie gefühlt kannst du auch nach Hause mit dem Ausrüstungsstand wenn du gerade eh niemandem unterstellt bist unsere Logistik wird zwar wieder besser aber wenn man die schwächsten Einheiten dann noch rauszieht können ja die die noch mittelstark auf dem Feld sind wieder deutlich schneller ganz voll werden und das Infanterie wieder da ist dauert das zwar auch einen Moment aber wenn die dann hier mit 90er Werten zurückkommen da freut man sich dann hier schon und die Eisenbahn kann das hier auch tragen da haben wir so viel Kontrollzone man muss nur das Akku umverschieben klappt das schon gut betrachtet bist du da 8 Felder vom Feind weg oder aber da haben wir keine Eisenbahn da ja ja also sowieso muss ja kommandotechnisch Hauptquartiere verschieben und so ein Kram aber das kommt alles noch sehr international hier mit deutschen Finnen, Italienern und Ungarn und Rumänen etwas weiter südlich also dann werdet ihr im Prinzip hier ja eure Position so halten wie ihr gerade steht ja ihr müsstet na gut ihr müsst dann wahrscheinlich ein bisschen zur Sicherung rumänische Einheiten einsetzen aber wenn ihr den Gegner gut einkesselt und die keine Kampfkraft haben sollte das schon passen wir können es erstmal so stehen lassen einen Sharkiff dann haben wir auch noch eine neue Division könnte man die Vision mit 4000 Mann ist eine andere 4700 also damit ist unsere Situation also sehr gut dargestellt wenn man zu lange keine Versorgung kriegt und ich finde das riecht danach den auch erstmal nach Hause zu schicken gerade wenn da ja schon jemand von etwas gebrauchbarem Kampf wert ist die Position ist die so wichtig eigentlich müsste der hier vollkommen hoch gezogen werden der drückt ja eigentlich nur den Rand so ein bisschen finden die ja sonst oder geben die Idee noch da drüben hin du gehst in den Stack mit rein ja dann ist das hier ganz grob von den Werten schon auch nach dem Cut werde ich den dann auch nochmal unterstellen und alles so die Panzertruppen die müssen jetzt so langsam formiert und bewegt werden und im Zweifel kann man ja auch an den Unterstellungen arbeiten das wird auch ein bisschen kompliziert und damit nicht zu viele Panzer und Fahrzeuge zu sehr kaputt gehen müsste man da auch hier noch konsequent auf das Zweier vorbeachten also das ist eine gewisse Verschiebeaktion und hier ging es jetzt auch so langsam darum gut es geht die Randwahrer erst am Ende März los aber hier auch Truppen dahin zu bringen und das farblich ein bisschen einheitlicher zu machen auch nochmal eine gewisse Aktion und ihr könnt ja mehr oder minder so stehen bleiben wie es gerade tut also ja in Vorbereitung auf die Wetterphase Ende März Anfang April wenn das Wetter ein bisschen mitmacht bevor es regnet ist hier also einiges an Reorganisation von Nöten und erstmal selber ein wenig denken wen man wo hat wen man wo schieben kann also diese Panzertruppe sollte prinzipiell nach Süden Jung Tscharkiv und der andere hier runter kommt wie ist denn das von den Kommandokapazitäten die Panzerarmee hat noch sehr viel Kapazität die 18. Armee ist quasi voll die 9. Armee ist voll äh so da zweite okay die Panzerarmee die können also zur Not noch so einiges an Infanteristen nehmen die wird sich ja wahrscheinlich dann hier ausbreiten wo schon die Frage ist na du breitest dich da aus dann wird die 18. Armee wahrscheinlich das hier übernehmen die ich hole mich wieder mit den Zahlen die 9. Armee wird dann wahrscheinlich hier in die 18. Armee anschließend irgendwie bis Thula und die 4. Armee macht dann von Thula südlich und hier wird dann die zweite Panzertruppe stehen als Plus Minus ähm ich glaube irgendwie dass zumindest schon mal die ersten paar Schritte nach dem Cut einfacher sind weil das ist jetzt sehr viel angucken wen man wie wo neu verschieben und unterstellen kann wo man zwei hervorhast und so weiter also äh ja bis gleich es ist noch nicht ganz fertig aber ein bisschen Reorganisation kann man vielleicht doch in die Folge aufnehmen was man jedenfalls schon mal sieht hier die Panzertruppe hat jetzt hier die Einheiten übernommen 18. Armee ist dafür ein bisschen hier reingeschoben hat da auch schon die meisten Einheiten übernommen äh das ist nicht ganz optimal aber hier fließt ein großer Fluss entlang wenn man sich dahinter aufstellt dann mit einem Schwung in Richtung der Stadt und von da aus ungefähr südlich nach Uriel runter das wäre so ungefähr die geplante neue Linie aber eins nach dem anderen ihr baut erstmal ein bisschen Verteidigung auf und dann kommen die da raus ansonsten zwei Panzer habe ich erstmal auch nach Uriel geschickt hier oben müssen wir beim Wetter noch ein bisschen schauen dass man Städte und Zweiervore gerade für gepanzerte Einheiten mitnimmt und jetzt ist auch die Frage wie weit hier wer schon ausgehen kann also ich würde sagen der Infanterist kann noch in die Stadt dann haben wir hier natürlich noch ein paar mobile Truppen hier aber hier hat noch alles für Kontrollzonen so gerade so wie sie stehen und deswegen würde ich dir durchaus stehen also ich meine sobald es losgeht für die die kommen ja weit man muss den Sowjets das ganze Land ja auch nicht sofort geben sondern hier und da auch noch Zeit gewinnen sich ein bisschen zu verschanzen da habe ich schon gesagt die Festungseinheiten hier und hier wurden aufgelöst die Felder werden eh geräumt den habe ich noch da gelassen man muss jetzt auch nicht zu sehr refitten für den Fall der Felder falls du doch weg kommst da ein bisschen ich glaube man sich doch noch versucht hier zu halten naja also hier in die Frage natürlich können da oder doch noch weitere Einheiten hier raus also ihr kämmt halt schon sehr weit das Problem ist es gibt nicht so viele Städte oder Zweiervore hier im Süden die nicht schon belegt werden und deswegen die Frage wie reorganisieren wir das hier also die gelben Einheiten das ist die eine Panzertruppe die sollen Richtung Tscharkiv die blauen Einheiten aus der Armee sollen Richtung Norden und die 6. Armee muss sich auch irgendwie dazwischen Stellen und Positionen einnehmen natürlich muss man auch zu sehen dass die sich hier mal vernünftig verschanzen nachher hier stand noch eine Division rum die sollte auch weg die ist jetzt dann auch nach hinten gegangen da sammelt sich also ein bisschen was in der Reserve der auch ganz nett ist ich könnte natürlich auch dich hier schon mal noch weiter nach Norden stellen wobei du bist eigentlich schon voll die Armee ist sogar theoretisch überlastet das macht dann natürlich auch Neuunterstellungen ein bisschen kompliziert hier ein paar von euch vielleicht ist es doch besser auch wieder einen großen Cut zu machen und um mal so ein bisschen über die Thematik zu sprechen weil jetzt man klickt so viel hin und her sucht so viel schaut wer wo welches Hauptquartier wie hat wie man wen bewegen kann bis man aber effektiv was macht dauert das eine ganze Zeit ja vielleicht ist es besser ich mach doch nochmal einen Cut und meld mich dann gleich nochmal ein paar Umformierungen später dann sind wir hier dass wir hier noch die zweite Panzertruppe haben aber da inzwischen auch relativ geschlossen die neunte Armee dran ist und das erste Panzerkur der zweiten Panzertruppe ist schon mal hier unten bei den Formierungen muss man hier halt noch sehen dass man immer noch Zweier vor und Städte und sowas hat wovon es nicht so viel gibt aber das hier ist eigentlich auch eine ganz nette Position dann und die dritte Panzerarmee ist dann hier auch langsam dabei südlich zu ziehen und hat gerade hier noch ihr Aufstellungsgebiet den Plan ja anpassen eine lose Idee ist auch aus diesen Zweier vorstos zu schlagen den Anstoß etwas nördlicher stattfinden zu lassen aber mal gucken wie die Position demnächst überhaupt noch halten da die Panzertruppe da die Panzertruppe hier die Armee die sechste ja und hier da war jetzt auch noch das HQ nachziehen für die mobilen Truppen wichtig wir lassen jetzt also die meisten mobilen hier drüben um da nach Rostow anzugreifen und eine Reserve von zwei mobilen ist noch hier falls da irgendwas passiert oder schief geht und wir sehen wie gut die Italiener sich in der Flanke machen dann zur Eisenbahn da hatte ich auch überlegt den aus Tudor jetzt rauszuschicken den Bahnbauer weil es werden dann hier doch eher weniger Einheiten in nächster Zeit und dann sollen jetzt lieber wieder auf der ganzen Karte Einheiten Nachschub erhalten und dann kannst du hier auch wieder ein bisschen Bahn bauen zum Beispiel die Route hier runter das Tudor ist ja gerade nur darüber angeschlossen dass wir hier noch Anschlüsse haben über die Eisenbahn was fällt da links achso das ist schon okay dann kannst du ja direkt hier ansetzen die Verteidigungswerte brauchen wir nicht ganz so dringend angezeigt ja dann würde ich hier noch auch eine Fortified Uni dran setzen na dann kann man nicht so gut hier als Gruppe Mitte demnächst mal ersetzen das gehen ein bisschen die Konstruktionsleute aus also die von denen hier aufgelöst wurden die müssten ja im nächsten Zug wahrscheinlich wieder verfügbar sein beziehungsweise sind wahrscheinlich irgendwo in der Panzerarmee hier gelandet weil die doch zu denen gehört nicht und da stelle ich mal eben der Armee direkt keinen einzigen Konstrukteur na gut du musst dir noch einen Moment refitten und so und irgendwann wird man schon noch wen für dich auftreiben so und auch hier so da wo die neuen Verteidigungslinien sind dass ihr hier schon mal diese Einheiten kriegt auch hier da soll da wo der Fluss ist da soll es ja nachher werden wir noch gucken die 9. Armee einen könnten wir zum Beispiel hier noch einfach in die 9. Armee aufnehmen vielleicht auch den hier noch eine 5. Core hat der noch irgendwen ja der hat noch Construction Units sonst mal 2 dann auch hier du fängst da dann demnächst Dose anzubauen und da noch und so weiter und hier eigentlich auch also die bringen ja auch wenigstens ein bisschen Mannstärke und ein paar Geschütze mit rein die auch voller Kraft sind dass man also hier die Linien stärker auch versucht damit zu bewachen und dann eben Infanteristen dahin ziehen kann wo wirklich stark gekämpft werden muss würde ich hier noch und da die Felder wurden ja auch zum Teil der ist in diesem Zug neu eingenommen aber ich gehe davon aus dass ihr die halten könnt dann hier sind ja auch schon welche drin zum Teil dass ihr hier eben eine Verteidigungslinie so direkt vor Moskau baut ist wahrscheinlich ganz gut wenn man da tief verschanzt ist dann könnten wir noch aber wir können auch noch ein paar AP erstmal drin lassen da habe ich auch noch einen Schwung weiterer Divisionen nach hinten gesteckt die einfach keine Ausrüstung und keine Mannstärke hatten da wird man sich in ein paar Zügen freuen was da wieder an Kampfkraft zusammenkommt ja gut technisch betrachtet haben wir noch die zweite Armee aber mehr oder minder könnte die auch stehen bleiben du könntest das Feld noch zurückholen lässt sich theoretisch noch dahin stellen aber das ist alles nur um ein bisschen Karte anzumalen und nicht zu spannend hier verteidigt hier erstmal einfach weiter eure Linie entlang überlegen du das ist ja eigentlich die mobile eingreiftruppe ich glaube die brauchen dich hier gerade in der Linie nicht der hat für sich schon einen Verteidigungswert von 105 da wird nicht so schnell durchbrochen werden ist zumindest meine Vermutung was du mal brauchst sind Fax der fehlen 500 das geht auch auf die Bewegungspunkte und mal ein bisschen hier mehr Zeug also vielleicht sogar mal nach Leningrad auch mal auf Refit in der Hoffnung dass er viele Trucks kriegt und weil ich hier so viel Versorgung einfach habe gebe ich euch auch mal mehr Supply hier liegt das Zeug herum überall anders ist es kritisch deswegen die nicht so viel kriegen können die anderen Eisen sind hier noch beschäftigt schade was die 30.000 rote hier nicht diesen zug dann aber nächsten immerhin dann was bräuchte man noch diese verbindungslinie ist auch noch ganz nett falls mal verloren geht dass man sich dahinter versorgen kann na gut wenn es hier oben reingeht wirst du irgendwie vielleicht auch noch doch hier ins gebiet der zweiten armee und das da ein bisschen lang bauen aber es sind nicht viele felder die da fehlen könnte auch sagen hier der in rieger ok rein für die optik wäre das feld da auch noch schön aber danach gehst du da erstmal rauf oder doch einer von naja einfach mal sehen was nächster zeit erliebt und du bist hier dann irgendwann auch mal in brast litrovsk wird aber auch noch einen moment dauern und der andere baut hier nach norden rauf so jetzt nicht da lang erstmal hier lang verbindung holen und jetzt das fällt bis dann auch hier nächsten zug wahrscheinlich hier so eine südlinie durchgezogen haben das schöne an dieser linie so ein bisschen hier die küste entlang die ist ja eine etwas günstigeren klimazone das heißt werden vielleicht immer ein paar tonnen mehr durchkommen als bei der anderen so die meisten automatischen eisenbahnbauer machen dann noch halbwegs vernünftige sachen viele hier so im großraum charles stallino ein paar an herrsgruppe süd die einfach hier irgendwas machen bei noch hier die bei charles ausbauen und einer bei riga der dann wahrscheinlich da demnächst hingeht du könntest ja dich da stellen er hat ja das endlich mal angeschlossen und dann baut entweder darum weiter oder gucken ob der das hin kann der manuelle eisenbahner konnte das ja irgendwie nicht bauen in letzter zeit was mich gewundert hat ne und ihr teillinie wäre auch noch ganz nett also weil wir bei charles sehr viele züge haben wäre es auch sehr sehr nett da viel passiert mir fehlt gerade eine sache ein da ich noch gar nicht eingegangen bin so von sowjetischen ich weiß ich habe es mir nach der folge angeguckt genau bei orel charles und belgorod da wurde gebombt ein bisschen der bahnhof beschädigt aber nichts großartiges der meiste angriffsschaden ist schon eh weg also orel belgorod und charles da waren die angriffe ein überlastet naja es wird schon hoffe ich jetzt einfach mal äh bahn ja genau wurde gebaut wenn wir bei den reserveeinheiten den angriff die ersten replacement panzer bereit machen warte wieviel panzer divisionen stehen hier in der entstellung 1 2 3 4 ich habe zwei geschickt oder schicken wir mal den auch dann haben wir außerdem rumäen und da müssen wir eben gucken wo jetzt dieses feld wo die ankommen und jetzt ist das in eben mode das ist ja danke 0 0 der ich auch gar gar nicht hier oben jetzt geht auch dann reserve avival hex aber wenn da die offensive losgeht wäre es natürlich eigentlich praktischer wenn das speziell für den süden ist wenn die vielleicht wieder hier erscheinen auch mit der neuen linie über minsk kommt man ja auch sehr gut dahin könnte die sogar zum auch zum shark abgeben die verstärkung brauchen sonst kann man felds auch doch hier lassen mal gucken unsere ganze hier unten na gut die käme schon hier hin ist doch bis hier reserve avival hex für ein paar runden hatte ich glaube ich mal nur gedacht zu klicken oder keine ahnung aber jetzt noch mal gecheckt jetzt ist es da dann gibt auch mal rumänische panzer division wieder her viel voller wird die eh nicht und die infanterie division mit 90 passt auch und hier kommt nehmen wir auch 90er bei manchen sachen gibt es auch einen leichten mangel an dem was die da haben wollen von der produktion her wenn er irgendwie auf 80 90 steht passt er schon 80 geht vielleicht auch noch macht auch noch voll wir haben noch einen heavy panzer company aber die brauchen wir ehrlich gesagt nicht weiß nicht der tiger drin aber wir bauen halt noch keine tiger was genau da hier schon soll wenn wir schon mal da waren luftwaffe massenhaft transport flugzeuge ja mit der zeit einfach noch nicht so wichtig sind weil das wetter noch zu schlecht ist und es zu wenig depots gibt wo auch mal was drin wäre das dann transportieren könnte ach so und das sind die ganzen fortified zones und da kommen ihr kriegt dann auch noch die hier helfen sollen die gegend zu halten mich nur gewundert dass das alles so wahnsinnig blau aufleuchtet gut das wäre das mal sehen wie die logistik läuft wenn Thula jetzt nicht mehr Eisenbahn Punkt ist Schauen Reserve Einheiten sind da Einheiten sind unterstellt hier ist der Vastopol der einzige Empfangshafen im Schwarzen Meer und die Armee ist auch hoch eingestellt Eisenbahner haben sich bewegt da ist nicht viel passiert im Zug von Angriffen her oder so und Reserve Einheiten hier hinten steht keiner oder ja sicher jetzt aber nochmal nachgucken und da oben wo gerade das Feld war steht auch keiner das läuft ja ach bist du nach der Verschiebung noch ein Kommando Reichweite ja dann ist gut bitte da oben rauf aber hört man ja hier aus der noch halbwegs schönen Linie raus gehen deswegen bleibt erstmal so stehen würde ich sagen und guckt was passiert auch hier eure Formation sind auch keine mehr da ihr hättet euch auch bereit für den Angriff dann würde ich sagen können wir den wir könnten dich hier noch in die statt stellen bisschen geschützt aber gut man findet Kleinigkeiten wird man wohl immer noch finden aber ich das wesentlich hier dürfte getan sein wir können den zug beenden vietische luftphase und die bomben auch weiter bei uns sind das die flieger vor sevastopol weiter blockieren sollen es muss irgendwo einen größeren luftkampf gegeben haben mit 84 gegen zwei abschüsse also statistisch sehr sehr gut eigentlich da sind wir wieder keine angriffe soweit in tonnen ist leicht zurück gegangen ein bisschen unschön die saffiz kriegen weiter unendlich material rein gefühlt events ja norwegen es ist ein bisschen eng aber das ist im endeffekt auch nicht so tragisch spannende frage ist jetzt erstmal das wetter sie haben hier ein blizzard und der dehnt sich leider wirklich im mittelbereich auch nochmal weiter aus das ist ein bisschen unschön das heißt hier muss man weiter sehr sehr darauf achten innerhalb passender städte zu stehen wissen hier gerade ist hier alles was so tief weiß ist und das wird eher noch schlimmer das wird dann auch der grund sein dass die versorgung noch so ein paar tonnen immer wieder zurückgegangen ist am rande konntest du mal ja sehr schön aber der neat vehicles ist auch wieder angestiegen oder ja gut weil klar du hast wieder mehr sachen dazu gekriegen deswegen brauchst du auch mehr vehicles aber du hast immer ein einiges gekriegt dann ist der mal hier wieder voll einsatzbereit das wäre für mobiles fahrzeug eigentlich auch ganz nett hier so wieder der blizzard nicht viel möglich das hat alles soweit gehalten wie zu anigen der neuen felder immerhin auch schon die ersten vorstufen fertig aber die sammeln hier inzwischen auch schon leider ganz präftig wieder einheiten an gut noch ist kein blizzard aber wird langsam wohl auch wieder hier rüber schwappen dann muss man wie gesagt beim durchtauschen und neu formieren dann ganz schön aufpassen damit die spannende Frage ja es ist es ist am boden noch schnee mit einem wert von 6 das hieße weiterhin am besten eine stadt und zwei hervor aber das wird hier langsam weiter tauen war die prognose prognose war das ist so blieb das ist zumindest ganz gut können wir nämlich darauf haben hier aber auch ganz schön werte schon lassen ich hoffe einfach dass ein prognostizierte fehl annahmen aber wir können auf jeden fall die luftwaffe besser nutzen einer der größten fragen sorgen dürfte ja besser gewesen sein weil hier auch der hafen ist und weil in Tudor jetzt nicht mehr jemand stand der alles für sich gefordert hat der bau tatsächlich da oben das ist gut man sieht bei euch so aus denen geht's gut hier unten naja die haben auf jeden fall auch noch ein bisschen was drauf gekriegt haben wir einen kampfwert von 60 70 80 um die 100 prognostiziert und ja hex isolated auch gehalten dürfte also nicht versorgt gewesen sein dann hauen wir jetzt drauf halten den gegner immer weiter blockiert machen dann ein oder zwei züge pause und hauen dann nochmal rauf und haben dann hoffentlich ende märz die festung eingenommen soweit und jetzt nochmal zur theorie mit diesen panzer replacements ach ja es gab noch ein hauptquartier was noch irgendwann mal gekommen war das gerade ein bisschen über ist aber für den findet man was du hast die hier jetzt die ist neu da können wir gleich noch zu den neuen einheiten kommen wenn ich jetzt diese panzer division hier nehmen 22 die hat ja noch eine menge einsatzfähiger fahrzeuge wie ungewohnt zu vorführungszwecken ja du hast ziemlich viele schrottepanzer seine jetzt hier eine der armor units nehmen wir einfach mal das erste steige schon mal deine kampfkraft nicht schlecht hier fehlt aber dieses merge unit kann aber auch sein dass das mit einheiten die man gerade frisch bekommen hat noch nicht geht also eigentlich müsste hier mal bei anderen testen irgendwo stehen ja bestimmt mal infanteristen auf dem fleck hier da steht merge und packt das hier zu anderen einheiten auf dem hex na und wer wo hast die hier jetzt gekriegt den halt dispenden aber das bringt es nicht weil dann geht er komplett in den pool zurück das soll er gar nicht das heißt wahrscheinlich können wir erst im nächsten zug den daran packen müsst dann echt mal gucken wo ihr hier effektiv durchkommt obwohl den könnten wir rausräumen vielleicht und ihr mit den rumänen kriegt den aber Unterstützung von da oben sieht schon schwierig aus wie auch immer die Italien haben wir auch gehalten und sich sogar schon wieder einsach verschanzt die können das recht gut das bauen hier das läuft alles wer ist da noch neu dazu gekommen wir können natürlich auch spoilern und in der liste nach gucken es ist doch auch spannender hier zu gucken eine Panzerdivision und zwei Infanteriedivision und aus unserer Reserve noch eine Infanterie und noch der rumänische Panzer und neu sind Hombone ja vier Infanteriedivision die ich alle von der Karte genommen habe weil die einfach keine Ausrüstung mehr hatten die man sich dann demnächst schicken lassen kann alle wieder mit voller Ausrüstung und den kriegen wir auch wieder aufs Feld ansonsten noch die Frage wie sieht es aus mit Panzern sind noch 3J ist da 4F ist da 2F wir haben von den geläufigsten Typen noch genügend vorhanden und dann schauen wir noch mal in der Logistik bei Anführern ist nichts passiert wie langweilig 263 repariert und 49 Schrott ist aber auch 263 sind wieder da und am Rande Vehicles im Pool haben wir auch 11.500 verfügbar das sieht auch ganz gut aus also der Blizzard nervt natürlich jetzt doch sehr im Norden und in der Mitte weil er ja auch wieder die Versorgung stört aber im Süden wo das Wetter besser ist und demnächst sogar der Schnee wohl wieder zu normalem Schnee wird da denke ich werden wir zuschlagen können mal sehen wie weit es in Sevastopol reicht und wie weit man hier vor Rostov dann tatsächlich kommen wird und ob die wirklich so stark sind die prognostiziert aber bei dem Wetter können wir ja auch die Luftwaffe da abzurufen und dann klappt das hoffentlich hoffentlich noch zum Ende ein bisschen Demoralisierung die haben naja so viel und die anderen haben so viel und das wird jeden Zug mehr deswegen wird es Zeit dringend mal wieder was dagegen zu tun ja und dann an dieser Stelle auch aber erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bis denn die